Bitte stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Stelle in Ihrem Unternehmen muss neu besetzt werden. Für Sie ist das die Chance auf dem Weg nach oben. Aber jetzt geht es erst richtig los. Jetzt gilt es für Sie, Ihre Chefs, die Personaler und alle anderen Entscheidungsträger so richtig von Ihrer Person zu überzeugen. Aber dann passiert Folgendes. Natürlich bewerben sich auch noch Ihre Kollegen. Und die Frage ist, was beginnt jetzt? Beginnt jetzt der harte Kampf auf der Karriereleiter? Oder vielleicht eine ganz andere Situation. Vielleicht träumen Sie ja schon längst davon, von der eigenen Selbstständigkeit. Davon, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wenn Sie Ihre Karriere zukünftig nachhaltig planen wollen und wenn Sie lernen möchten, wie Sie auf dem Weg nach oben smart an Ihr Ziel kommen, dann begleiten Sie mich jetzt bitte in meinem Online-Kurs A bis Z der Karriereplanung. Wie geht's nach oben? Mein Name ist Paul Mizar und ich bin seit mehr als zwei Jahrzehnten, habe ich mir sagen lassen, erfolgreicher Entrepreneur, Unternehmer und Investor. Ich habe auch viele Fehler gemacht davor, aber aus diesen habe ich gelernt und auch Sie können von mir sehr viel Erfahrung bekommen in diesem Kurs. Vor allem habe ich auch als Gründer einer Erfolgsakademie für Erwachsenenbildung mich sehr mit dem Thema Karriere beschäftigt. Die Akademie ist die Best-of-Best-Erfolgsakademie mit Niederlassungen in München, Frankfurt und Köln. Und als meine Mission und die meiner Akademie betrachte ich es, Menschen zu helfen bei der Entwicklung ihrer Karriere, sie dabei zu unterstützen, um sowohl ihr Geschäfts- wie auch Privatleben in einem runden Lebensrad, einem Leben in Balance, zu Erfolg zu verhelfen. Ja, dabei möchte ich Sie gerne unterstützen in diesem Kurs und unter anderem mit folgenden Themen. Was erwartet Sie? Und zwar, was unterscheidet einen Job von einer Mission? Das werden wir uns ganz genau anschauen. Welche Ziele sollten Sie sich setzen? Wie sollten Sie sich diese Ziele setzen, dass aus einem Wunsch und einer Vision auch letztlich eine Mission und eine konkrete Zielerreichung wird? Und, last but not least, nicht zuletzt, wie sollten Sie mit Konkurrenten und Mitbewerbern umgehen? Die werden kommen, das können Sie mir glauben, um smart statt hart Ihr Ziel trotzdem zu erreichen. Die Frage, sind Sie bereit, sich nachhaltig und effektiv mit Ihrer Karriere auseinanderzusetzen? Wollen Sie wirklich ganz nach oben? Dann begleiten Sie mich jetzt in meinem Online-Kurs. Herzlich willkommen zum Online-Kurs A bis Z der Karriereplanung. Dass Sie gerne Karriere machen möchten, das gehe ich mal davon aus. Deswegen sitzen Sie jetzt mit mir hier in diesem Kurs. Die Frage ist, möchten Sie den schwierigen oder den einfachen Weg gehen? Welche dumme Frage, würde ich jetzt fast sagen. Natürlich möchten Sie den einfachen Weg gehen. Und daher, die Lernziele hier in diesem ersten Teil, die Klärung, sind Sie auf der richtigen Straße unterwegs? Ganz ein essentieller Punkt. Und dann der große Unterschied zwischen zwei ähnlich klingenden Worten. Effizienz und Effektivität. Wo liegt der Unterschied? Und Frage Nummer drei, kennen Sie eigentlich Ihre Lebensmotive? Lassen Sie uns beginnen. Auf der Straße Ihrer Karriere, auf der Sie unterwegs sind, stellen viele die Frage, viel zu spät, ist es die richtige Straße, auf der ich mich bewege? Viele gehen her und fahren jahrelang auf dieser Straße, machen Kurse, verbessern die Fertigkeiten, machen Ihr Auto sozusagen noch schneller, um auf dieser Straße schneller voranzukommen, um nachher dann irgendwann einmal festzustellen, dass es die falsche Straße war. Ja, also was spricht dafür und was spricht dagegen, dass Sie auf der richtigen Straße sind? Bevor Sie jetzt diese Frage sich selbst beantworten, möchte ich Ihnen vielleicht eine kleine Geschichte von mir selbst aus meiner eigenen Erfahrung heraus erzählen. Bevor Sie jetzt die Frage, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät.